Musik Wir präsentieren euch heute den Flaunder Dublettenlifter, das neue Plattfischsystem aus dem Eisele Seafishing Programm für das Plattfischangeln an der Ostsee. Den normalen Flaunderspunen oder Buttlöffel kennt ja jeder, der emittiert einen kleinen Butt, der durch den Sand schwimmt und dadurch sozusagen den Schwarm aktiviert, Futterreiz auslöst, kurz dahinter schwimmt ein Wurm und die Plattfische schwimmen auf den Wurm zu und fressen ihn und wir können sie durch einen Buttlöffel gut fangen. Das Paradoxe an dem System ist, dass der Buttlöffel ja eigentlich von dem Wurm wegschwimmt. Funktionieren tut es trotzdem gut, weil einfach das Vorfach kurz ist und die räumliche Nähe dafür sorgt, dass dieser Futterneid eben ausgelöst wird. Der Flaunder Dublettenlifter treibt dieses Spiel mit dem Futterneid auf die Spitze. Kern des Systems ist ein freilaufender Seitenarm mit einer Lilkork-Auftriebsperle. Wenn die Montage zum Grund abgelassen wird, treibt diese nach oben, schwebt dann 30-40 cm auf dem Grund. Und wenn dann die Rotenspitze hochgehoben wird, beziehungsweise durch eine Welle das Butt hochgehoben wird, schwimmt der Buttlöffel auf den Wurm zu und es sieht so aus, als würde der Butt quasi vom Grund hochschwimmen und den Wurm genau in diesem Moment fressen wollen. Und das ist ein Moment, den Plattfischen nur sehr, sehr schwer widerstehen können und das ist der Moment, in dem wir wirklich sehr, sehr viele Fische fressen. Und das ist ein Moment, den Plattfischen nur sehr, sehr schwer widerstehen können. Und das ist ein Moment, den Plattfischen nur sehr, sehr schwer widerstehen können. Das ist ein Moment, den Plattfischen nur sehr, sehr schwer widerstehen können. Das ist ein Moment, den Plattfischen nur sehr, sehr schwer widerstehen können. Ja, für den munteren Haken gilt, schön ist, was Fische fängt. Pink war heute besonders gefragt. Beim eigentlichen Dublettenlifter, dem oberen Vorfach verzichten wir auf alle Perlen, um das freie Auf und Ab des Seitenarms nicht negativ zu beeinflussen. Dieser Seitenarm ist durch zwei Stopper begrenzt. Der obere legt sozusagen den Abstand zwischen Buttlöffel und Wurm fest, wenn dieser oberhalb des Grundes schwebt. Und der untere ist so eingestellt, dass der Haken quasi genau vor dem Buttlöffelmaul hängt, sodass es wirklich so aussieht, als wenn der gerade gefressen werden soll. Nach dem Fisch ist dieser runtergerutscht nach dem Fang, vorm Auswerfen, damit es hier unten nicht vertüllt, muss der natürlich wieder nach oben geschoben werden und genau so eingestellt werden, dass er wieder genau vor dem Maul steht. Untertitelung des ZDF.